Angela Merkel ist die Kanzlerin aller Deutschen. Dazu ist sie per Eid verpflichtet und schon bald wird sie diesen Eid erneuern. Sie wird dann schwören, dass sie ihre Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren und Schaden von ihm wenden wird. In letzter Zeit verstärkt sich allerdings der Eindruck, dass sie diesem Schwur in ihrer täglichen Arbeit nicht mehr vollends gerecht wird. Stets seugt sie sich um Flüchtlinge und Asylbewerber, vergisst darüber aber die Einheimischen und ihre Sorgen. Sie hat Selfies mit Flüchtlingen produziert, an Fotos mit deutschen Grenzschützern kann ich mich nicht erinnern. Die Terroropfer vom Breitscheidplatz mussten erst offene Briefe schreiben, bevor ihnen Merkel ein Jahr später Gehör schenkte. Dafür fuhr sie mehrfach zu Flüchtlingen nach Heidenau oder Berlin-Spandau. Und über die Vorkommnisse von Köln und Kandel hörte man erst gar nichts, dann wenig, Pegida und AfD nahm sich die Kanzlerin aber in ihren Silvesteransprachen deutlich zur Brust. Merkel ist zur doppelten Mutti geworden, zur strengen, gefühllosen und ungerechten Stiefmutter für die aufmüpfigen Deutschen und zur fürsorglichen, nachsichtigen und gütigen Mama für die Flüchtlinge. Nun hat die doppelte Mutti also die Helfer der Tafel in Essen scharf kritisiert, weil diese nur noch Kunden mit deutschem Personalausweis aufnehmen. Als Grund geben die Betreiber an, dass zuletzt immer weniger Einheimische gekommen seien, gerade ältere Frauen hätten sich von jungen, fremdsprachigen Männern abgeschreckt gefühlt. Eine besonnene, richtige und nachvollziehbare Maßnahme also. Die Kanzlerin aber findet das Zitat nicht gut. Man solle nicht solche Kategorisierungen vornehmen, ließ sie ihre staunenden Bürger wissen. Was für eine Anmaßung. Statt den Menschen zu danken, die sich für die Ärmsten der Gesellschaft einsetzen, belehrt sie die Tafelmacher von oben herab. Statt Hilfe anzubieten oder gar sofort nach Essen zu reisen, um sich persönlich ein Bild zu machen, verunglimpft sie die Betreiber und schiebt sie in die Nähe von Rassisten. Sie beschimpft damit ausgerechnet diejenigen, die täglich mit den Problemen fertig werden müssen, die die Kanzlerin verursacht hat. Merkel maßregelt die Bürger, die darunter leiden, dass sie, die Kanzlerin, ihre Aufgaben nicht erledigt hat. Abschiebung, Grenzschutz, Altersfeststellung, beschleunigte Asylverfahren und Flüchtlingsverteilung. Merkel hat mit ihrer Äußerung ein lokales Ereignis zu einem deutschen Symbol gemacht. Für die Realitätsferne, die Arroganz und die Abgehobenheit der Berliner Politik. Und für eine Art von Bürgerverachtung, deren Folgen noch gar nicht abzusehen sind. Welch philosophiert wird sie dir in den Balkan breakfast. blast glück glück Vielen Dank.